Jeremy hat so unfassbar lange Beine, dass alle Frauen ihn darum beneiden. Wenn sie ihm auf der Straße begegnen, bleiben sie ruckartig stehen, schauen ihn mit offenem Mund an, schauen seine langen, wohlgeformten Beine herab, dann zurück auf sein haariges Gesicht und können es nicht fassen. Manchmal bekommen sie hysterische Anfälle über die Ungerechtigkeit ihrer Situation und schreien, wieso hast du so lange Beine und wir nicht, du kannst doch gar nichts damit anfangen. Jeremy ruft dann leicht panisch, da kann ich doch nichts dafür, wie wäre es mit inneren Werten? Und aus Erfahrung rennt er bei den letzten Worten schon mal los. Die hysterische Meute auf seinen Fersen, er springt, hüpft, schlägt Haken und trotz ihrer 20 cm Plateauabsätze können die Damen nicht mit seinen Beinen mithalten. Er entkommt ihnen, bleibt hinter einer Ecke stehen und holt tief Luft. Musik Musik Da kommt eine Blondine mit pinkem Handtäschchen angestöckelt. Jeremy denkt resigniert, oh nein, aber da hat sie ihn schon entdeckt. Sie bleibt völlig perplex stehen. Der Unterkäfer klappt ihr herunter. Ihr Blick gleitet an ihm herab. Kriegsgeräum, halb in die Straßen! Jeremy springt wieder los. Applaus 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 Applaus